Na, wo ist der Spasti? Oh, der kippt des Gummis. Ach du Scheiße. Hey, Raymond! Hey, wo, wo? Ich bin's! Flobox! Hilfe! Boah. Ach, herrje. Boah. Ach, das ist ja schwer. Warum hier habe ich keine Kugel? Hier ruft jemand Hilfe. Ich hab's ganz genau gehört. Achtung! Ich muss dringend meine Suppe auslöffeln. Ja ich muss hier auch eine Suppe auslöffeln. Oh oh. Was ist das denn? Strange. Moment mal, könnte ich hier vielleicht mich hier unten ver... Boah, scheiße. Nein, du sollst da unten bleiben, Kumpel. Nein, unten bleiben. Nein, unten bleiben. Genauso. Und wenn ich springe? Scheiße. Hm, schade. Boah, das kann schwer werden, Leute. Das wird schwer. Globox, wo bist du denn schon wieder? Aua. Ne, das kann ich so nicht schaffen. Der trifft mich jedes Mal und hat eine viel größere Anzeige als ich. So, ich versuche das nochmal von hier unten, weil da kann er mich nicht treffen. Nicht da. So, ich versuche es mal hier. So, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. So, noch einmal. Jetzt probieren wir es mal. Scheiße. Es muss irgendwie klappen. Rot, rot, tight. Yeah. Nein, shit. Nein, was machst du denn? Hä? Ey, Kumpel. Das ist sehr asozial von dir. Finde ich nicht cool. Und das Rote ist gleich... Äh, der Anzug ist gleich weg. Yeah. Ach, und ich bin auch fast weg. Ich will zur Dose, zur Dose. Gib mir die Dose. Gib's mir so richtig. Ja, nein. An was ich mich immer so freue. Ach, das war's. Warte. Wo hat dieses Vieh eigentlich diese Dosen her? Ich weiß, ich sollte mich nicht hinterfragen, aber... Ach, der Typ heißt Buffalo. Das ist auch mal schön zu wissen. Ja, was ist das denn? Au. Schön, dass aber hier so eine Lose-Rockung. Er weiß sogar, wer ich bin. Warum greift er mich dann an? Klobox hat die Klappe. Scheiße. Okay, wir sind fast auf gleicher Höhe von der Anzeige her. Auf dem gleichen Niveau sozusagen. Scheiße. Nochmal Scheiße. Jetzt aber. Au. Mal langsam hab ich den Dreh raus. Bis dahin ist er schon tot. Komm her. Ich will nicht mehr. Das Spiel lacht mich aus. Oh, das sieht schon besser aus. Da muss ich bloß noch mal aufregen. Oh, wie ich dich bedauere, du armer Unglücklicher, als heute von Rasov, dem Jäger, zu enden. Rasov? Wer ist Rasov? Oh. Äh. Du. Ey, das ist rot. Mann, das ist rot. Junge. Junge. Ja, 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 ja. Ja, bitte. Vergesst Buffalo Bill. Hä, wie? Hier kommt Kanonenkugel Bill. Ja, schön. Du wiederholst dich, Fräulein. Ja, er ist gleich tot. Als Bettvorleger gewünscht. Dann willst du bei mir die Haut abziehen. So, was ist jetzt los? Da bist du ja. Na, bist du bereit? Oh, so, so, mein wildes Raubtier. Hast du mich endlich? Ja, haha, ich bin dir ausgeliefert. Oh, ja, zähme mich. Peitsche mich. Nimm mir Kettenhahn und Leder. Bring mich in deine Zelle und verschließ mich in der Gitter. Sag mal, Raymond. Wie kommen wir eigentlich zu diesem Heiler? Ach, stimmt, der Heiler. Das war's. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir müssen nochmal durch den Spiegel. Okay. Ah, wir sind im Land der wandelnden Seele. Der wandelnden Seele. Ist es ziemlich ruhig. Na, der Ort ist vielleicht was schöner. Huch, schön. Ja, wollen kann man sich auch. Wenn man einmal falsch auf die Tast bekommt, geht man wieder was ganz Neues. Die Musik ist einfach immer schön. Ist mein Geschmack. Toca, 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 toca. Also, wir waren jetzt beim Arzt und der hat uns gesagt, wir müssen zu einem komischen Heiler, der André entfernen kann. Ja, da ist natürlich die Frage, was dann? Nummer zwei. Ein Geist. Was ist los? Geister. 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 Okay, mach das. Erschreckt deine Enkel. Wo ist der denn hin? Hallo? Oh, das ist eine Dose. Cool. Was macht die? Was macht die? Ach, die Anzüge geben immer mal zwei. Antrunken? Wusste ich ja gar nicht. Schildkröten. Oh, ich bin nicht 300 Jahre jünger. Oh, Wolfgang, du hast da total recht. Oh, die kenne ich immer. Oh, mein Kreuz. Wo ist meine Salbe? Okay. Und wofür war die jetzt gedacht? Ernsthaft? Und das habe ich nicht gesehen. Die Sparschweine sind aber wirklich überall, kann das sein? Und wieder schreit hier irgendjemand Hilfe. Hätte der Typ hier nicht einfach ein bisschen weiter vorfliegen können und dann das Ding hier geben können? Das wäre für mich viel leichter gewesen. So. Ja, ich bin noch nicht da. Oh, Rakete. 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 Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, das ist schon mal nicht. Und noch? Hilfe. Slowbox. Ah. Nein? Sorry. Tut mir leid. Ah, mein Wasserfall. Hilfe. Yeah. Nummer 3. Ich muss los. Meine Nase pudern. Ja, das habe ich heute auch ganz vergessen. Yeah. Du hast einen Anwalt? Das glaube ich wohl kaum. Was los? Was los? Yeah. Das war es doch, oder? Ja. Schön. Mein Baby konnte man nehmen. Ich habe es wieder vergessen. Nein, war das abrollen? Ja. Hey, Licht. Ich werde mal nachsehen. Nein. Nach reiflicher Überlegung bleibe ich besser hier. André hat den Mund. Der Sound geht ab. Bei der Pflaume. Der Pflaumensong. Oh. Die sind wirklich überall. Ha. Ja. Wer hat es drauf? Hey, du hast es drauf. Und kein anderer. Du bist der Beste. Ich weiß. Haha. Oh, Mann. Ist das Globox? Ja. Nein, Globox. Tu es nicht. Oh, Mann. Du machst Sachen. Sieht ja witzig aus. Oh, das hört sich nicht gut an. Was ist das denn? Äh. Weiß doch nicht aus, Junge. Scheiße. Gleich seitlich. Wenn ich die seitlich habe. Ja. Ja. Ich bin so. Ah. Aber ich hasse es, seitlich zu schießen. Das ist so anstrengend. Da muss man mehr Tasten drücken und die Finger bewegen. Und das ist alles so diekliche. So. Dann geht es hier hoch. Und da vorne steht auch noch einer. Und ein Geist. Ein Geistmensch. Kann man das doch so gut so sagen. Stellen die einfach weiß da. Oder Weißblut. Oh, ho, ho, ho. Mann. Hilfe. Hilfe. Hilfe.